Hallo da draußen! Heute möchte ich euch gerne den Dungeon Generator von Fantasy Kalender vorstellen, mit dem wir hier solche schönen farbigen, stilvollen Dungeon Pläne generieren lassen können und die auch noch ein bisschen anpassen können und die dann auch als Bilddatei oder eben auch in einem speziellen Dateiformat für virtuelle Spieltische speichern können. Letzteres hat dann den Vorteil, dass hier die Wände des Dungeons gleich als Sichthindernislinien festgelegt werden, spart uns dann eine Menge Arbeit, dazu später aber mehr. Wenn wir die Seite aufrufen, den Link gibt es wie immer in der Videobeschreibung, dann wird hier gleich so ein kleiner erster Dungeon generiert. Was wir jetzt brauchen, das ist das Menü, das finden wir hier ganz links oben auf diesem Button hier, das öffnet sich hier und da können wir jetzt noch ein bisschen was machen. Ganz wichtig ist hier diese Seed-Nummer, dieser Dungeon-Seed hier. Wenn wir diese Nummer hier rauskopieren und uns speichern und später die Seite wieder aufrufen und die Nummer wieder eingeben, dann kommen wir nämlich genau wieder zu diesem Dungeon hier, zu diesem generierten Dungeon. Das ist schon mal ganz praktisch, falls man das später noch ein bisschen herumbasteln möchte. So, es gibt neben diesen normalen Dungeon-Plänen hier auch noch Mega-Dungeons, dazu kommen wir auch später nochmal. Okay, jetzt möchten wir vielleicht mal neue Dungeons generieren lassen, das kann ja sein. Dann können wir hier einerseits mit diesen kleinen Pfeil-Buttons hier immer ein Seed wechseln, hoch oder runter, je nachdem. Oder aber wir klicken hier auf diesen Button mit diesen Pfeilen hier, dann wird ein komplett neuer Seed auch wieder genommen, ein zufälliger Seed. Und dadurch können wir uns dann so verschiedene Dungeons generieren lassen. So, wir können ihn natürlich noch weiter anpassen, wir bleiben gerade mal bei dem hier, der lohnt sich ganz gut. Wir können hier nämlich, oder was wir erstmal wissen müssen. So eine Dungeon-Karte hier besteht immer aus drei verschiedenen Teilen. Es gibt die normalen sogenannten Dungeons, das sind hier solche künstlich erschaffenen Räume und Gänge in diesem Dungeon hier. Das sieht man hier mit schönen Mauern, die irgendwie bearbeitet wurden etc. Das sind die Dungeons, dann gibt es hier noch die Caves, das sind hier solche natürlich entstandenen Gänge und Höhlen. Auch hier unten sieht man die sehr schön. Und es gibt noch Unique Rooms. Unique Rooms, das sind irgendwelche Räume mit spezieller Funktion, zum Beispiel dieser hier. Das wäre jetzt eine Unique Room und ich glaube dieser hier auch. Die gibt es auch noch, das müssen wir einfach wissen. Okay, jetzt sagen wir, wir möchten eine Dungeon haben, wo es eben keine natürlichen Höhlen zum Beispiel gibt. Dann können wir den hier nämlich ausmachen, dann machen wir den Haken hier bei Caves einfach weg. Und dann sehen wir das, da wird ein neuer Dungeon erst generiert. Da haben wir jetzt wirklich nur künstlich erschaffene Gänge und Räume. Da sind natürliche Höhen gar nicht mehr dabei. Wir machen es nochmal an. Andersrum geht es natürlich auch. Vielleicht wollen wir ein komplettes Höhlensystem, das komplett natürlich entstanden ist. Dann machen wir hier einfach den Haken bei Dungeons weg. Und dann sehen wir das auch, haben wir hier dieses natürliche Höhlensystem. So, und dann gibt es noch diese Option hier. Limit Unique Rooms, also diese einzigartigen Räume wie dieser hier. Da können, je nachdem wie groß der Dungeon ist, verschiedene auf der Karte mit drauf sein. Und ist diese Option aktiviert, dann wird die Anzahl dieser einzigartigen Räume etwas reduziert, limitiert, damit es nicht zu viele sind. Wenn wir das nicht möchten, können wir auch den Haken ausmachen. Hier auf der Karte ändert sich jetzt das noch nicht, weil die zu klein ist. Das sehen wir nachher nochmal bei größeren Karten. So, jetzt können wir hier nämlich auch die Größe verändern. Wir haben hier gerade eine Höhe von 5 und eine Breite ebenfalls von 5. Da können wir dann direkt eine andere Zahl eingeben, wenn wir das markieren und da die Zahl reinschreiben. Oder hier jeweils mit den Plus und Minus Buttons das einfach ändern. Das mache ich mal. Ich schraube es mal auf 8x8 hoch. Und dann müsst ihr hier nur noch auf Apply drücken, auf diesen Button hier. Dann wird die Änderung übernommen. Das sehen wir hier sehr schön. Und da haben wir jetzt einen deutlich größeren Dungeon. So, jetzt kann ich mal gucken, wenn ich das hier jetzt mal ausmache, Limit Unique Rooms. Okay, dann sehen wir das schon. Da wurde jetzt die Anzahl der einzigartigen Räume reduziert. Deswegen hat sich der Dungeon verändert. Also damit kann man auch mit dieser Einstellung ein wenig herumspielen. Gut. Aber wir können hier natürlich noch mehr machen. Wenn wir mal das Menü zumachen, können wir einerseits natürlich reinzoomen, um uns mal ein paar Sachen besser anzugucken. Oder rauszoomen. Das geht mit dem Mausrad. Und wenn wir reingezoomt haben und die linke Maustaste gedrückt halten, dann können wir uns hier auch noch mal bewegen. Das geht auch. Jetzt fällt euch vielleicht schon auf, wenn wir hier mal mit der Maus über den Dungeon gehen, dann haben wir hier immer entweder solche grünen Rechtecke wie diese hier oder aber schwarze Rechtecke. Schwarze Rechtecke können wir nicht anpassen. Aber wenn wir hier zum Beispiel mal drüber gehen und da haben wir ein grünes Rechteck um diesen Bereich drumherum, dann können wir mit der Maus draufklicken und dann können wir hier diesen Bereich noch mal anpassen. Da gibt es dann, je nachdem wie der Dungeon aufgebaut ist, verschiedene Möglichkeiten. Die werden dann hier so einer nach dem anderen angezeigt. Könnt ihr ein bisschen klicken und könnt einfach schauen, was gefällt euch denn da am besten. Sehen wir hier sehr schön, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Also einfach mal solche grünen Rechtecke suchen und dann mal draufklicken. Hier zum Beispiel sieht auch sehr schön aus. Da wird jetzt so ein kleiner Tempel erstellt. Hier haben wir einfach nur leere Räume. Also da gibt es noch verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr mal durchprobieren. Gut, gehen wir wieder ins Menü rein. So, und jetzt haben wir einerseits diese Möglichkeiten hier oder diese Mega-Dungeons hier. Da klicken wir mal drauf. So, da haben wir auch wieder eine große Dungeon-Karte. Auch hier können wir wieder verschiedene Anpassungen vornehmen. Auch wenn wir das Menü zumachen, können wir hier wieder Räume oder Teilbereiche ändern, wie wir sehen. Ich mache das mit mir nochmal auf. Und was der Clou jetzt bei der ganzen Geschichte ist, dass ein Mega-Dungeon eben nicht nur hier aus einer Karte besteht, sondern aus mehreren, die dann die verschiedenen Ebenen oder Level dieses Dungeons repräsentieren. Also quasi die Untergeschosse. Es fängt bei Ebene 1 an. Das ist das erste Untergeschoss. Und dann geht es immer tiefer in den Dungeon hinein. Ebene 2, Ebene 3, etc., etc. So, und der Clou ist eben, hier sehen wir die Treppe, wo es dann runter geht zum Beispiel. Da haben wir hier diese Schnittlinie, da haben wir die Treppe, dass bei dem nächsten Level dann die Treppe genau an dieser Stelle auch wieder anfängt. Also wir merken uns mal diese Stelle hier unten. Und jetzt gehe ich hier mal auf Ebene 2 oder Level 2. Und dann sehen wir das, hier haben wir Level 2. Da haben wir jetzt hier die Treppe, wo wir runterkommen und können hier weiter durchgehen. Hier geht wieder eine Treppe runter. Wir gehen mal auf Level 3. Halt, wo waren wir jetzt? Da muss ich gerade mal gucken. Hier, da ist die Treppe in Level 2. Dann gehen wir auf Level 3. Und dann sehen wir, hier kommen wir runter, können weiter erkunden, etc., etc. Und natürlich könnt ihr das hier alles auch wieder anpassen, wie schon gezeigt. Ganz wichtig ist, wenn ihr mit Mega Dungeons arbeitet, dann gibt es auch noch einen Stair Seed. Der ist dann auch noch ganz wichtig. Den müsst ihr dann auch noch speichern, damit die Treppen nachher an der richtigen Position sind. Wenn ihr die Karte später nochmal hier im Dungeon Generator aufrufen möchtet. Gut, wir gehen nochmal auf den ganz normalen Dungeon hier, auf so eine normale Dungeon Karte. Und jetzt können wir diese natürlich auch auf unserem Computer speichern, wenn wir hier mit der Bearbeitung fertig sind. So, da haben wir hier den Punkt Downloads. Und der ist hier voreingestellt auf Full JPEG Map. Dann wird also hier, wenn ich jetzt auf Download klicke, diese Karte auf meinem PC gespeichert. Kann ich dann herunterladen als ganz normale Bilddatei. Dieser Dungeon Generator hier, der unterstützt aber auch verschiedene virtuelle Spieltische, die werden hier aufgeführt. Das sind hier MapTool, Foundry, Encounter Plus, D20 Pro und Roll20, wenn ihr da einen Pro Account habt. Zur Zeit jedenfalls. Vielleicht wird diese Liste später noch erweitert. Wie gesagt, der Vorteil ist, wenn wir das in so einem Format hier speichern für virtuelle Spieltische, dass wir die Wände nachher in unserem virtuellen Spieltisch gleich als Sichthindernislinien haben. Und wie das aussieht, das zeige ich euch gleich. Zuerst aber gibt es hier zwei Optionen, wenn wir hier mal draufklicken. Hier, das ist dieses universelle VTT-Format, von dem ich gesprochen habe. Das gibt es einmal mit Walls Visible und Walls Obscured. Walls Visible bedeutet, dass die Wände noch sichtbar sind. Und Walls Obscured bedeutet, dass die Wände verdeckt sind. Und den Unterschied, den schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe mir jetzt mal eine beliebige Karte heruntergeladen in diesem Format für virtuelle Spieltische. Und zwar in beiden Versionen, also mit verdeckten und mit sichtbaren Wänden. So, diese Karte habe ich jetzt in beiden Versionen hier in meinem virtuellen Spieltisch-Maptool eingefügt. Hier sehen wir gerade die Version mit den sichtbaren Wänden. Und dann habe ich hier natürlich dieselbe Karte nochmal in der Version mit verdeckten Wänden. Wir gehen erst nochmal hier auf die sichtbaren Wände, auf diese Version. Und wie gesagt, müssen wir jetzt hier, wenn wir einen virtuellen Spieltisch verwenden, die Sichthindernis-Linien, wenn wir Dynamic Lighting oder Fog of War verwenden möchten, nicht mehr extra einzeichnen hier überall. Die sind automatisch mit dabei. So, und wir schauen uns das Ganze auch mal an. Ich aktiviere hier jetzt mal meinen Kriegsnebel. Dann bewege ich den hier mal so ein Stückchen. Und jetzt sehen wir das. Ich kann auch mal in die Spieleransicht gehen vielleicht, damit wir das besser sehen. Hier, das sieht dann unsere Spieler. Hier können die ihren Token bewegen, ihre Spielfigur. Und je nachdem, wo die lang gehen, können die dann halt sehen, was da vor ihnen liegt. Das ist halt ganz schön. Wie gesagt, es spart eine Menge Arbeit, wenn wir so spielen, weil wir diese Sichthindernis-Linien eben nicht mehr selbst mit einzeichnen müssen. So, und das ist ja jetzt die Version hier mit den sichtbaren Wänden. Das bedeutet, wenn wir mal nah heranzoomen, hier sehen wir die Wände, dass die eben noch sichtbar sind, quasi der Rand, die Sichtgrenze. Das finde ich immer ganz schön, finde ich die bessere Variante. Jetzt schauen wir uns im Gegenzug dazu aber mal die andere Variante an. Wechsel mal hier die Karte auf die Version mit den verdeckten Wänden. Da haben wir wieder unseren Token, unsere Spielfigur. Ich mache auch hier wieder den Kriegsnebel an. So, ich muss mal kurz aus der Spieleransicht nochmal raus, den hier ein Stückchen bewegen. So gehe ich jetzt wieder in die Spieleransicht rein. Okay, und dann sehen wir das nämlich hier. Da sind jetzt hier zwar die Ränder sichtbar, also auch die Wände quasi, wo ich dagegen gucke. Die Wand selbst ist aber nicht sichtbar. Und das ist eben der Unterschied zwischen diesen zwei Versionen. Das hier, wie gesagt, das ist die Version jetzt hier, wo wir die Wände verdeckt haben, wo wir die Wände quasi nicht sehen können. Und dann wechseln wir eben nochmal auf die andere Karte. Da haben wir die Version im Unterschied dazu, wo wir eben die Wände sehen können. Ich finde diese hier deutlich angenehmer. So, jetzt habt ihr gesehen, was der Dungeon Generator von Fantasy Kalender alles kann. Ich finde es ein tolles Tool. Natürlich ist wichtig, dass einem dieser Stil hier gefällt. Das ist ganz wichtig, sonst hat es ja keinen Wert. Aber wenn der für euch in Ordnung geht, dann habt ihr hier sehr schnell spielfertige Dungeons erstellt und könnt dann gleich loslegen. Besonders schön natürlich auch, dass wir die in diesem Format für virtuelle Spieltische speichern können und da gleich die Sichthindernislinien mit drin haben. Das spart einfach eine Menge Arbeit. So, ich wünsche euch jedenfalls mal wieder viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut!